Hallo. So. Warte, hier ist ein Mensch mit einem Pferd. Oh, oh, es ist doch nur ein Mensch. So. Hi! An Ihren Gedenken an Hi. Oh, ein Mensch. Also, Grüße gehen raus an HMX. Paula, Grüße gehen raus an HMX, Laura, du bist jetzt in meiner Aufnahme. Ähm. Hi, Laura, wie geht's dir? Also, in ged- Och komm, scheiß Feststell-Taste-Einrast-Funktion. Guck mal, sie sagt uns Hallo. Ja, ich sag doch auch Hallo. Scheiße Einrast-Funktion nochmal. Also, in Gedenken an HMX spielen wir heute mal auf Zartoxian. Und, ja. Paula will? Nein, ich nur weiß, Mario Party. Du musst jetzt mal einen Brief vorlesen. Ich hab dir nämlich einen Brief geschrieben. Ja. Aber schön, schön laut vorlesen. Von Paula spielt MC. Hi, du dumme Sau. Wie geht's? Was neu so? Räuft's? Was ist Leben? Was ist, wenn ich an einen Gedanken, der einen Denker gedacht hat, der gedacht hat, dass ich an diesen Denk-Gedanken denke? Danke. Verschimmeltes Brot! Kann ich dir irgendwie zurückschreiben? Ja, du kannst einfach eine Nachricht verfassen. Du gehst dir einfach rein und gehst auf diesen Brief. Warte. I don't know. Warte. 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 Moment. Ich mach grad Freunde. Du brauchst grad Freunde, also machst du grad was. Machst du grad aus deinen alten Freunden neue Freunde. Okay, ich wäre jetzt soweit. Sorry Leute, ich muss ja hier freuen, aber ich bin ja... Ich bin ja hier auf Fame, ne? Fame, Fame. Ich hab Kekse und ich hab Chips. Boah, Salzchips sind so geil. Aber noch geiler sind so Salz- und Essigchips, ne? Oder Schokoreiswaffeln sind auch wirklich geil. Oder so Dime. Du hast grad mit mir geredet? Nein, ich rede grad über Essen. Aber Lasagne ist auch einfach... Wisst ihr, was das beste Essen ist? Linsenaufbau. Kann ich jetzt, kann ich jetzt starten? Ja, du kannst ja. Waren grad noch zwei, sind so drei. It's semi Mario, Mario from Italy. Der ist doch jener? Ne. Der ist nur Klemmler. Ja. Aber ich hab da eins gesürzt. Wettrennen. Das ist richtig scheiße. Yeah. Hi. Ach, das ist das. Das ist richtig scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh mein Gott. Ich war da kurz am sterben und runtergefallen. Scheiße. Und nochmal runtergefallen. Ja, ich häng halt in Spinnenweben, das ist auch nicht so gut. Und nochmal runtergefallen. Schaffst du das? Och, Alter. Wo muss ich lang? Scheiße. Ich einfach grad so save irgendwie so. Platz. Wie viele Spieler da sind? Ich glaub 23, ne. Platz 23 save. Ne, ich bin hinter dir. Jetzt hab ich dich überholt. Fuck. Och, komm. Runtergefallen? Ne, bei so ne, wo man so ne Leiter dann auch gut klittern muss. Wenn man runtergeflogen ist. Dass man da gar nicht stirbt, so. Richtig so ne Scheiße. Och, Alter. Das ist ja... Schlimmer als schlimm. So, wenn jetzt noch jemand... Ja, Ende. Boah, kann ich bitte wenigstens einen Platz... Platz 18! Und du? Bin ich zwei... Platz 21 gewesen. Oh, 6. Geil. Ich glaub es gab nur 21 Leute. Ich hab ne 2 gewürfelt. Minus 3 Felder. Duelle. Was das? Boah, nee. Menschen verprügeln. Ja. 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 Oh, nee. Ich hab nicht so... Paula, hör auf Japanisch zu sprechen. Du kannst das nicht. Ich weiß. Was? Kuchen? What are you doing, Step-Pro? What are you doing, Step-Pro? Drei Tag? Oh, fuck. Oh, Alter. Ich hasse... ...armes Gedings... ...dieses... Oh, ich hab ne... ...ne Peitsche! Ich bin ein Verge... Was? Ein vergifteter Tiger? Nein, ein Vergewaltiger. Was? Interessant, Paula. Interessant. Das ist also dein Traumberuf. Ich wär eigentlich Stripper. Verdient man gut, hab ich gehört. Ja. Verdient man wirklich gut. Aber... Aber... wie zum Teufel auch, aber ich bin Zehnte. Klar. Scheiße, ich bin jetzt wieder auf dem 3... Minus-3-Felder-Zug, zumindest auf dem Ereignisfeld. Auf welchem Feld bist du? Fünf. Fünf? Ich bin acht. Mini-Sky Wars. Oh, ich hasse Sky Wars generell. Ja, ich bin halt scheiße drin. Ich auch. Sky Wars ist ein verdammt geiler Spielmodus, aber ich bin eine fucking Kacke drin. Alter, bei mir sind Pferde. Was? Alter, bei mir kommen direkt welche. Lasst mich doch in Ruhe! Hallo! Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Ich nichts gemachte. Nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Eine Bier. Nur eine. Eine. Frage mich halt gerade, gewinnt hier derjenige... Oh, Kacke. Tod bin ich dann auch? Ich könnte mich nur in die Mitte bauen. Um nicht in der Bordast gefangen zu sein. Oh nein! Dann war ich tot. Tot! Fünfte! Fünfte! Oha! Oh, ich hab einen wieder. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin Sechster. Auf Platz Sechs. Waaah! Ich bin Zweifler. Du bist halt wirklich Letzte. Ja. Waffenfolge. Was ist das? Ach, da muss ich Leute verprügeln. Und wie ich sie lang genug verprügelt... Wenn ich mehrmals Leute verprügelt habe, dann krieg ich dadurch mehr Pumpen. Und krieg ich dadurch ne bessere Waffe. Yo! Oh! Ich bin tot. Easy rein gegönnt, einfach kurz. Ich bin einfach kurz gestorben. Gibt es überhaupt noch jemanden mit dem Dolch? Ich noch. Aber wir fighten. Lass die mal allein, oder? Ja, Paula, wo bist du? Ich bin irgendwo nirgendwo. Welcher Toad bist du denn? Der Gelbe. Ja, und wo? Ist die Frage. Keine Ahnung. Wo bist denn du? Weißt du, was für ein Toad bist du denn? Da! Ey, jetzt team nur hier nicht mit... Oh. Ich glaub ich bin so Platz... Platz Null. Ey, Platz Sieben. Ich auch. Hm. Wir sind schlecht. Nee! 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 Nee, das darfst du nicht! Lügen darf man nicht sagen! Aber Lügen darf... Oh, ich hab schon wieder ne Zwei! Was ist das denn? Paula, einfach innerlich grad am verzweifeln! Okay, erzähl mal ne Storytale. Boah. Hm. Oh, ich liebe buntes Chaos. Oh ja, das ist übel geil! Ja. Oh, ich steh direkt auf blau. Ich hatte grad kurz Panik, dass ich dumm bin und äh, hey blau blau gemacht hab in meinem Gehirn. Ah, schwarz! Oh, Glück! Mann, ich will wieder Hive zurückhaben! Oh mein Gott! Ich hab's einfach überlebt! Ich bin einfach gut! Oh mein Gott! Ich steh direkt auf dem hellgrün! Oh mein Gott! Einfach kurz! Ey, du krasser Lacker! Nein! Oh mein Gott! Das war so mini mini knapp! Och, belastend! Oh mein Gott! Ich hab einen persönlichen neuen... Du bist einfach Platz 5! Ich hab ganze 10 Runden überlebt! Ende. Platz 3! 2! 6! Ah, same! 2! Pick dich! Ich bin aber 8! Ich bin zumindest Platz 8! Ich bin nicht mehr letzte! Ich bin nicht mehr letzte! Woohoo! Wie geht das? Keine Ahnung! Denkst du, ich hab das schon mal gespielt oder was? Ah, wir müssen... Mauern bauen, I guess! Trump? Rot bin ich! Und du? Gelbi! Ey, man hat so komische Schilder auf dem Kopf! Das sieht überall hässlich aus! Achso! Das Spiel geht schon los! Ja! Hä? Ich verstehe das Spiel nicht! Ah, wir müssen uns waffen und so basteln und so! Achso! Gibt's hier irgendwie noch... irgendwo noch Holz oder? Digga! Du ehrenloser Ruhe! Okay, es tut mir leid. Ich sollte mein eigenes Team nicht beleidigen. Ich geh dich jetzt verklappen! Ich geh dich jetzt... Oh! What the fuck? Dieser eine aus deinem Team, der einfach ehrenlos als Fuck ist! Dieser mit der Dia-Rüstung, der ist richtig ehrenlos! Es gab Diamanten! Ja! Ich bin tot! Aber es gab Diamanten! Ja! Anscheinend schon! Hm! Der ist jetzt endlich tot, Alter! Mein Team gewinnt! Mein! Meine Heimat! Mein Team! Mein Team! Ich dachte mal, ich werde ein Team! Wuuuuh! Ach, eine Eins! Willst du mich verarschen? Wieder eine Eins! Willst du mich verarschen? Was ist das? Plus drei Felder, danke! Oh nein! Nein! Ich hasse Mini-Survival-Games! Das ist immer so richtig... Survival-Games generell! Ich bin so scheiße da drin! Das ist einfach ehrenlos als Fuck! Oh, ich habe richtig gute Rüstung und so! Ja, ich nicht! Aber leider, wenn ich scheiße in PvP ist, das... Ich habe ein krasses Goldschwert! Ich habe ein Eisenschwert und Eisenrüstung und so! Ah! Oh nein, 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 nein! Du verklopfst mich nicht mit einem Schei- Oh! Du hast getötet, instant! Du bist auch tot! Ja! Schaut, ich wollte jetzt zugucken! Boah, die Häuser auf dem Map sehen wie nice aus! Ich hasse Mini-Survival-Games! Das ist einfach so richtig! Das ist einfach nur ein Luck-Spiel! Da kannst du nicht mal so zeigen, wie gut du bist und so! Boah, die Eisenbahn ist übel fresh! Die hat mich an die Eisenbahn im Fort Fun erinnert! Ja, das Ding, was du kannst, hast halt einfach nur Luck, so! Wenn du halt was Gutes bekommst, hast du halt Luck, so! Aber wenn du halt nicht, dann... Ja, aber du musst halt auch gut im PvP sein, das sind wir beide nicht! Ja! Ah, hi! Hi! Du hot! Warte, Paula, ich bin auch hot! Oh nein, ich dampfe richtig auf! Mayonnaise? Mayonnaise! 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 Meine Klasse ist so richtig! Die sagen so, also, diese Lasagne, also, das ist ein Mädchen! Für die, die das... Lasagne kennt ihr schon aus dem anderen Video, hoffentlich! Ja, wenn ihr das andere Video nicht gesehen habt, dann... Lasagne ist ein Mädchen aus meiner Klasse, und die ist richtig homophobic, I guess! Aber sie so, ja, ist okay, wenn du... wenn du lesbisch bist, und so... Sie so, ja, aber was, wenn du dich aus Versehen in mich verliebst, so... Du bist doch gay und nicht geschmackslos! Und... Fünf! Ich hab eine Eins! Willst du mich verarschen? Ich hatte einmal eine Sechs! Einmal! Ich bin Platz Zehn! Ich bin Platz... Äh, 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 äh... Jump'n'Run! Oh, ich bin gut mit Jump'n'Run! Also so semi-gut, aber passt! Das Ding ist... Und dann hat sie halt... Dann dachte ich mir so... Wenn man jemanden fragt... Also sagt so... Aber was, wenn du dich aus Versehen in mich verliebst, so... What the fuck? Ja, die Jungen sagen ja auch nicht, wenn du... Ähm, mit denen redest... Ja, aber was, wenn du dich in mich verliebst, so... So, weil... You know what I mean? Ich bin grad absolut zu blöd, aber ja... Paula, wir hatten das... Thema schon in einem anderen Video. Du, du... Alles ist gut, Paula. Oh, jetzt ist einfach nur... Ich... Muss mich echt... Aufregen. Hä, wo muss ich lang? Achso, hier. Glaub ich. Oh, geil! Oh fuck! So, die Schilder Maut! Wuhu! So, die Schilder Maut! Kacke! 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 Zurück zum Spielbrett! Ja, 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 ja! Platz vierten! Ich hab... Ich hab... Ich war auf der Sechs. Dieser Würfel ergibt gar keinen Sinn. Man kann ja nicht mal versuchen, was zu machen. Ich war auf Sechs. Doch, kann man bei mir. Das funktioniert. So. What the fuck! Also nach ihr Huse... Oh kacke! Ich mag den Spielmodus, aber ich bin so scheiße da drin! Lebst du noch? Ja. Okay. Ich hab bis jetzt in dem Spielmodus noch nicht einmal die erste Runde geschafft. Alter. Fuck. Ich auch nicht. Wuhu! Wir sind zusammen raus! Oh shit. Wie geil, ich dance trotzdem mit. Ich hab meine Magenklappe nicht an. So. Jetzt müsste ich eigentlich auch mal wieder was hören. Ich glaube. Kann sein. paar Mal wieder was hören. Ich hab meine Magenklappe nicht an. Als wäre, was ich mir genutzt. Es ist alles einfach. Das war's. Ich hab meine Magenklappe, dann sein. Ich werde mich auf das Gesicht aufmachen nochmal. Ich werde mich auf den Bzwart. Und nur von mir auf die Neuenklappe noch einmal drehen. Man kann das nicht drauf achten. Ok, ich. Ich werde mich auf den Bzwart. Ich werde mich auf dem Bzwart. Mein Bzwart. Das wird mich auf! ich bin sechste und eine sechst gewürfelt ein blick kacke paula lerne doch mal den text nein ja aber nein ab in der bühne geht es wichtig ich reihe die bühne schreit die bühne Oh, ich hab's nicht richtig gemacht. Ähm, come on Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on Barbie, let's go party. Ah, ah, ah. Boah, früher hat man zu dem Song immer übel auf Kinderdisco abgegangen. Oder auf so Karneval. Kinderkarneval. Ich weiß nicht, was ich hier mache. So. Aber ich kann das nicht, egal. Passt schon. Boah, welcher Platz bin ich? Sieben? Das geht ja voll. Ich bin elf. Oh, eine Eins. Eine Vier. Das war mein erster Eins diese Runde. Glaube ich zumindest. Ich bin Platz zwölf. Reize. Kommt man das eigentlich, dass ich die ganze Zeit Chipsnäpe am Fressen bin? Ja. Oh. wieder rein ist richtig scheiße so richtig muss ich überhaupt langer bitte 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 ich war noch nie so weit bei die trauen platz 8 25 ich würfel diese runde so gut ihr bin sonst mal so richtig scheiße und ich glaube die aufnahme ist lang genug ja aber ich will jetzt noch mal eine runde mit ihr spielen ja wie spät ist eine runde tschau leudys tschüss also darf ich dir mal erzählen so